Rühreifrühstück im Café. Und was glaubt ihr, was ich sehe? Etwas, was ich selbst kaum glaube. Durchs Café spaziert eine Taube. Ja, ich weiß, für euch ist das gar kein Überraschungsspaß, weil es schon im Titel steht, dass es um eine Taube geht. Doch der Titel muss ja sein, denn sonst guckt hier keiner rein und die Taube ist daher keine Überraschung mehr. Und dass sie die Krümel frisst, die der Mensch, der hier was isst, unabsichtlich fallen lässt. Nun passt auf, jetzt kommt der Rest. Also, dass die Taube frisst, was vom Tisch gefallen ist, was der Mensch verlor beim Naschen, wird euch auch nicht überraschen. Und auch hier gibt's nun zum Schluss Freias lieben Pustekuss. Tschüss. 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 Tschüss.